Ja, hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich sehen und hören und ich hoffe, dass wir, ja, dass ich euch heute bei diesem zweiten Livestream ein ganz klein bisschen über die Zeitqualität erzählen kann und euch berichten kann, was ich im Moment so wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, im Moment bewegt sich so viel, es ist so viel los und es ist vielleicht ganz schön, wenn wir uns zusammen darauf einstimmen und das gemeinsam einfach ein bisschen wahrnehmen und einige von euch wundern sich vielleicht darüber, diejenigen von euch, die mich erst seit kurzem kennen, in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich sehr viel auf die körperorientierte Traumaheilung, ja, konzentriert, gerade hier auf YouTube und habe sehr viel Wissen eingebracht und, ja, mehr, ja, den Hintergrund eigentlich meiner Arbeit mit euch geteilt und es ist aber auch so, dass die Traumaheilung für mich, dass ich die eingebettet sehe in einem größeren Zusammenhang und ich war schon immer jemand, ich passe irgendwie nie so richtig in irgendeine Schublade, kaum hat mich jemand irgendwo in einer Schublade drin, schon ist es ein bisschen zu eng und deshalb für die Neuen von euch, ja, es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel wahrnehme, mitunter mehr als mir lieb ist und ab und zu teile ich diese Wahrnehmungen mit euch. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es meine Aufgabe, ich teile auf keinen Fall alles und ich zwinge mich auch nicht dazu, das regelmäßig zu machen, sondern ich nehme einfach manchmal so diesen kleinen inneren Anstupser wahr und merke, Mensch Lea, jetzt ist ein Moment, wieder ein bisschen etwas zu teilen und ich hatte einfach vor kurzem eine sehr intensive Wahrnehmung zur Zeitqualität, zu dem nächsten Schritt, den wir gemeinsam vielleicht auch jetzt gehen werden oder der, der ansteht insgesamt und dann dachte ich, hey, das ist eine gute Gelegenheit, der nächste Livestream kommt und da kann ich das einfach mit euch teilen und so schön, dass ihr da seid und mit dabei seid, schön, dass, ja, dass ihr euch da so beteiligt, das finde ich total toll und ihr habt die Möglichkeit, was auch immer ich sage oder mit euch teile, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in den Chat reinschreiben und ich werde am Ende vom Livestream einfach ein bisschen Zeit einplanen für eure Fragen, wenn es welche gibt und die werde ich vorlesen und beantworten. Genau, super, super, also für mich sind es sogar drei Themen oder drei Themenbereiche, die mich immer wieder beschäftigen. Ja, die körporientierte Traumaheilung, das ist auf jeden Fall mein Fokus und wird auch jetzt, denke ich mal, die nächsten Jahre weiterhin mein Fokus sein. Da konzentriere ich mich drauf, mit euch die Inhalte zu teilen, aber wie gesagt, ich sehe, dass die aktuelle Zeitqualität auch dafür sorgt, dass unser Trauma zum Vorschein kommt oder dass wir eben eingeladen werden, es zu heilen und für mich, was auch noch für mich eine riesige Rolle spielt, ist einfach die Spiritualität, die liebevolle, tiefere Verbundenheit, die für mich auch immer möglicher wird, wenn zum Beispiel das frühe Trauma anfängt zu heilen, dass wir auf einmal wieder diese tiefe Ebene von Verbundenheit auch spüren können. Und diese drei Dinge, für mich gehört das immer zusammen. Manchmal gibt uns die Zeitqualität einen Stupser für die nächste Heilung. Manchmal ist es, wir gehen einen inneren Heilungsschritt und merken, ah, jetzt merke ich, jetzt verstehe ich mehr, was die Zeitqualität gerade macht oder wow, jetzt fühle ich mich verbundener, in der Spiritualität öffnet sich viel und ja, deshalb, sobald du mich denkst, eine Schublade stecken zu können, dann ist es immer wieder, springe ich immer wieder darüber hinaus und ja, ich versuche einfach so, wie es mir möglich ist, das mit euch zu teilen. Und das habe ich heute vor. Ich habe vor, meine Wahrnehmung mit euch zu teilen und wie ich das immer mache, würde ich vorschlagen, dass ihr euch ganz klar macht, das ist die Wahrnehmung einfach von der Lea. Und du kannst es hören und wahrnehmen und für dich rein spüren, fühlt sich das stimmig an, hast du vielleicht eine Resonanz dazu, wo du merkst, ah, da kommt so ein inneres Ja oder eben eher nicht oder teilweise nicht. Das ist mir immer total wichtig, weil manchmal macht man als Mensch den Fehler, dass man sich hinstellt und sagt, ich sag euch jetzt die Wahrheit und alle müssen es glauben und alle müssen es toll finden. Und das mag ich nicht ganz so gerne. Ich mag es gerne, wenn wir immer sozusagen unsere Füße auf den Boden stellen und unsere eigene Wahrnehmung auch trainieren und schauen, womit gehe ich in Resonanz und womit eben auch eher vielleicht nicht. So, und mein erstes Bild, was ich einfach hatte vor kurzem, das wirkte auf mich so ein bisschen wie, ähm, wenn man in, wenn man wandern geht, ja, dann gibt's ja manchmal, wenn man sich mit anderen Leuten verabredet, dass man sagt, hey, wir treffen uns alle an diesem Wegweiser oder an diesem Baum oder an diesem Stein oder da, wo die Bank ist, da, wo der Weg beginnt, da treffen wir uns alle. Und für mich, ich habe das so wahrgenommen wie, oh, okay, ein, da ist ein neuer Wegesabschnitt, der vor uns liegt und wir sammeln uns gerade. Und ich fand es schön, in die Gruppe reinzuspüren, die sich da sammelt. Ich hatte das Gefühl, wow, wir sind sehr unterschiedlich, kommen aus allen Himmelsrichtungen, jeder von uns hat eine andere Wahrnehmung und andere, ja, vielleicht auch andere Vorstellungen, aber es gibt schon eine Gemeinsamkeit. Ich hatte das Gefühl, da ist ein weiches, offenes Herz in der Mitte, ein empfängliches Herz, was, was lauscht und wahrnimmt und, und voller Hingabe auch ist. Und so unterschiedlich wir aussehen, aus so unterschiedlichen Richtungen wir auch kommen mögen. Da ist irgendwas in der Tiefe, in der Stille, im Zentrum, was, was auch ähnlich ist. Also Unterschiedlichkeit habe ich wahrgenommen und dass es auch vollkommen okay ist und trotzdem in der Essenz, in der Tiefe was Gemeinsames. Ich habe auch wahrgenommen, dass es eine kleine Gruppe ist, also keine Massenveranstaltung, so, was weiß ich, so ein riesiger Marathon, wo die Straße überquillt vor lauter Leuten, wo alles voll ist, sondern wirklich mehr ein Weg für Spezialisten, ein Weg für diejenigen, die nach all den Wellen der Veränderung der letzten Jahre, die sozusagen immer noch da sind und immer noch am Ball sind und immer noch bereit sind, die nächste Etappe des Weges mitzugehen. Und ich fand es sehr berührend, diese Energie wahrzunehmen, diese Qualität wahrzunehmen. Und ja, eine Weile bin ich damit einfach so durch die Gegend gelaufen, habe das wahrgenommen und habe mich dann natürlich schon auch interessiert. Okay, wohin geht denn unser Weg? In welche Richtung geht es denn dann? Jetzt sammeln wir uns gerade an diesem Wegweiser. Ja, wo ist der Weg? In welcher Richtung ist dieser Weg zu sehen? Und ungelogen, es war sowas von unangenehm für mich, dahin zu spüren, überhaupt dieser Frage zu folgen, dass ich erstmal überhaupt keine Lust mehr hatte, mich damit zu beschäftigen. Und das passiert mir in letzter Zeit manchmal. Deshalb spreche ich auch nicht allzu oft über die Zeitqualität, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist so anstrengend und es ist so herausfordernd und ich will am liebsten gar nichts damit zu tun haben, für einen Moment zumindest. Aber kam immer wieder so dieser innere Impuls, wohin geht der Weg? Wie geht es weiter? Wie, was, was ist der nächste, nächste Schritt oder der nächste, ja, der nächste Etappe, die da vor uns liegt? Und was ich dann wahrgenommen habe, ist, dass die kleine Wandertruppe, die da steht und sich sammelt, dass sie tatsächlich erstmal vor einer Wand aus Schmerz steht. So richtig eine Wand. Nicht dieser schöne Wanderweg und idyllisch am Bach entlang spazieren gehen oder ein kleiner Fahrradweg, wo man entlang fahren kann, sondern wirklich, okay, wir stehen an diesem Wegweiser und vor uns erstmal so eine hohe Wand. Und als ich da reingespürt habe, mein erstes Gefühl war, da gibt es keinen Weg. Da gibt es keinen Weg. Da ist einfach gar kein Weg mehr da. Und wenn ich reingespürt habe in diese Wand, dann kam mir immer, wow, das ist so der Urschmerz, der Urschmerz der Menschheit, vielleicht auch die tiefste Wunde, die wir alle in uns tragen, die Wunde der Trennung auf der aller, aller, aller tiefsten Ebene. Und wow, war das unangenehm. Ja, ich bin immer wieder mit der Wahrnehmung, wieso hat mich so angetastet und dann schnell wieder weg davon, mich wieder ein bisschen hingewagt und wieder zurückgenommen. Und ja, war erstmal ganz verdattert zu merken, was kann denn das sein? Was kann sich uns denn da zeigen? Und ich habe es auch in meinem eigenen Leben gemerkt. Zum Teil habe ich gedacht, boah, das ist der Frühling. Ja, das ist vielleicht einfach diese Zeit, wo wir auch dem Leben selbst begegnen, unsere Beziehung zum Leben und manchmal auch den tiefsten Blockaden und den schmerzhaften Verzerrungen, die da in uns existieren. Aber immer wieder und wieder habe ich gemerkt, boah, da ist wie so eine Wand. Das ist eine größere Geschichte. Das ist nicht nur jetzt der Frühling oder was Persönliches, sondern da ist wirklich eine Wand aus Schmerz. Und was ich bei mir beobachtet habe, und ihr könnt ja mal reinspüren, ob ihr das bei euch auch vielleicht bemerkt habt, ist, dass es auf diesen Urschmerz eine ganz alte Reaktion gibt. Nämlich diesen alten, uralten Kampf. Die alte Reaktion, auf Schmerz ist oft dieser Kampf, dieses nicht haben wollen, nicht damit sein können, da weg wollen, raus wollen, dieser Urkampf. Und ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das bei mir beobachtet habe, in meinem eigenen Inneren, dass es nicht ein Kampf ist, den ich jetzt bewusst kämpfe, wo ich sozusagen merke, oh, jetzt fange ich an zu kämpfen, jetzt fange ich an, mich zu verstricken. Sondern ich habe mehr wahrgenommen, etwas in mir ist in diesem alten Kampf immer und immer und immer schon drin gewesen. Ein Teil meiner Lebenskraft ist in diesem alten Kampf wie drin gefangen, hat sich da verkeilt, hat sich da verknotet. Und ja, kreist da in gewisser Weise um sich selbst. Und ich habe es ganz oft entlang meiner Wirbelsäule gespürt, hat auch ein paar Mal ordentlich Kopfschmerzen. Ich gemerkt habe, boah, da ist diese Kraft, diese zentrale Energiebahn in der Mitte von uns, diese Hauptbahn entlang unserer Wirbelsäule, wo ja unsere Lebensenergie auch somit verbunden ist. Und da spüre ich, dass da das Flussbett ist nicht klar und offen und weit, sondern da sind Verhärtungen, da sind Verkrustungen, da sind alte Prägungen, die sozusagen unsere Lebensenergie in den alten Kampf verstricken, so könnte man es sagen. Und ich habe das bei mir dann gemerkt, dass dieser alte, dieser Urkampf, dass sich das da manchmal so gezeigt hat, nicht als was, klar, logisch, nicht als was ruhiges, so im Hintergrund, sondern dass man wirklich für einen Moment merkt, wow, das ist wie so ein Dinosaurier in meinem Inneren oder ein Drache, der Feuer speien könnte und wo dieser, ja, wo dieser Kampf einfach stattfindet. So, und ich habe das Gefühl, dass im Moment auch nicht nur in uns wir an diesen Ort geführt werden, wo dieser alte Kampf noch wütet, sondern wenn wir rausschauen in die Welt, wenn wir um uns schauen oder rein spüren, was auf der tieferen Ebene gerade da ist, da ist auch ein Kampf am Toben. Und meine Wahrnehmung ist immer wieder, wenn Leute dann sagen, ja, Krieg und dies und das und was alles so kommt und vielleicht noch sein wird, ist meine Wahrnehmung immer, wir sind mittendrin, wir sind mittendrin in einem gigantischen Kampf, der vielleicht an manchen Stellen auf der Erde, in manchen Ländern, zwischen Staaten, in manchen Bereichen richtig ausgebrochen ist, dass man den sieht und fühlt und dass er wirklich hier ist, aber er ist trotzdem überall rund um die Erde spürbar. Und da ist, da tobt ein Kampf, da sind auf der einen Seite die, die Lebenskräfte, ja, die schöpferischen Kräfte der Menschheit, das Menschen, die schöpferische Kraft vielleicht auch von Ländern, von, von Organisationen, die, die eigentliche, wundervolle Kraft, die ist irgendwo da, aber eben noch verschlungen und im Kampf gegen diese Widersacherkräfte, die sozusagen alles Neue, was ich gerade regen will, was zum Vorschein kommen will, verzerren wollen, entmutigen wollen, vernichten wollen, in die falsche Richtung lenken wollen, verwirren wollen. Und da ist so ein Kampf, der im Moment um uns tobt und vielleicht merkt ihr das ab und zu, dass zum Beispiel merkt man das oft nachts beim Träumen, wenn jemand von euch Träume wahrnimmt oder sich morgens vielleicht noch so ein ganz klein bisschen an Träume erinnern kann, dass man manchmal Träume hat, wo man wirklich das Gefühl hat, ich bin in der Unterwelt. Das ist ein dunkles, ein dunkles Szenario am anderen, dunkle Figuren links und rechts und das ist so düster, so dunkel, so schrecklich und fühlt sich an wie, wow, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Und dann kann es wieder, kurze Zeit danach, kann man merken, oh, wie lichtvoll, wie schön, wow, ich fühle mich selbst oder ich nehme meine eigene Weisheit wahr, es ist lichtvoll, es ist liebevoll, da gibt es ein Miteinander. Und im Moment peitschen diese beiden Dynamiken um uns herum und mal ist man hier und mal ist man da und mal spürt man mehr das eine und das Lichtvolle, das Neue und mal unternimmt man für eine halbe Stunde, für eine Stunde, für einen Tag, vielleicht für mehrere Tage einen kleinen Abstecher durch die Unterwelt. Und sehr anstrengend, sehr anstrengend, vor allem, wenn uns auf der tiefsten Ebene die Ausrichtung fehlt. Und ich habe das bei mir gemerkt, dass es Anteile noch in mir gibt, die sich ganz stark nach dem Außen orientieren wollen, die praktisch so ganz stark im Außen nach etwas suchen, nach Orientierung suchen und die dann einmal denken, wow, das Ende der Welt ist. In fünf Minuten, der Countdown läuft. Und dann wieder, oh wow, da entsteht was Neues und so wunderschön und guck mal, was da alles wächst und gedeiht und schau mal, was wir lernen und wie wir uns weiterentwickeln. Und es geht hin und her. Das heißt, ich vermute, dass diese Phase jetzt auch für uns eine Herausforderung ist, die Orientierung nicht so sehr an äußeren Dingen wahrzunehmen und da, ja, sondern wirklich auf einer tieferen Ebene den Anker wiederzufinden. So, dann habe ich erst mal, war ich erst mal ziemlich frustriert und habe gedacht, ja, was ist das für eine frustrierende Nachricht, die ich da mit euch teilen soll. Das ist ja jetzt wirklich nicht besonders erheiternd und erhellend. Und das mitten im Frühling. Und dann war meine Frage oder mein Gebet, meine Bitte war einfach, ja, wie geht's denn weiter? Okay, da ist diese Wand aus Schmerz. Okay, wir stoßen im Moment an die. Und ja, da tobt noch dieser alte Kampf. Und der ist in uns und der ist um uns herum. Und ja, aber bitte, wie geht's denn jetzt weiter? Was kommt denn jetzt? Was können wir tun? Wie können wir uns ausrichten? Und was ich dann wahrgenommen habe, das war wieder so eine, für mich ist es oft wie so eine Mischung aus Bild und innerer, innerem Gefühl, innerer Wahrnehmung, wie wenn mir jemand was zeigt, nur nicht in Worten erklärt, sondern mehr, ich gehe da so rein und dann erlebe ich das und fühle ich das und dann kommen erst die Worte und ich verstehe, ah. Und was ich da wahrgenommen habe, war, vor dieser Wand aus Schmerz zu stehen, umtobt von diesem alten Kampf, nichts machen zu können und auch mir einzugestehen, ich kann das nicht machen. Ich kann diesen Weg durch diese Mauer nicht bahnen aus eigener Kraft. Ich komme hier alleine nicht weiter und meine alten Werkzeuge dagegen kämpfen oder dafür kämpfen oder all diese Dinge. Vergiss es. Keine Chance. Und dann kam dieses, okay, ich kann es nicht, kann ich mich damit zurücklehnen, ruhiger werden. Ich hatte dann wie das Gefühl, mein Oberkörper entspannt sich, mein Herz wird ein bisschen weiter, ich stehe hier und erkenne einfach an. Okay, hier bin ich. Und was ich dann wahrgenommen habe in diesem, ja, eigentlich dem Moment, wo man, wo nur Hingabe möglich ist, wo nur Vertrauen möglich ist, wo man an die Grenze von der eigenen menschlichen Kraft kommt, war, als ob hinter dieser Wand aus Schmerz, hinter diesem, in dieser unüberwindlichen Grenze, als ob da etwas sich in Bewegung setzt und als ob auf einmal wie so eine weiße Taube auftaucht, die durch die Mauer oder über die Mauer hinweg fliegt und die so ein Licht mitbringt und so viel Gnade, so viel an die Idee, die fast schon wie aus der Zukunft hierher kommt, in diesem Moment, in dieses Jetzt. Und für mich war das wie, ja, wie so ein bisschen damit zu meditieren, einfach nur da zu stehen, zu wissen, ich kann nichts machen, ich kämpfe jetzt auch da nicht mehr weiter rum. Und da kommt etwas zu mir, etwas, was ich nicht erarbeitet habe, was ich nicht verdient habe, was ich nicht kontrolliere und im Griff habe. Aber etwas, was so zart ist, die weiße Taube, so zart, so fein, die herbeikommt und mir im Grunde mitteilt oder mir zeigt, guck mal, das Neue existiert schon und du brauchst nicht darum kämpfen. Und der alte Kampf, dieser alte, rein menschliche, aus eigener Kraft, getrennt von Gott, alles alleine schaffen Weg, der geht nicht über diese Mauer, der geht da nicht durch. Aber da ist eine Liebe da, die uns entgegenkommt. Und für mich war dann auch wieder so dieses Gefühl, ah, und wir haben ja auch jemanden, der schon durch diese Mauer durchgegangen ist, durch diese Mauer aus Schmerz, durch diese, durch diesen Kampf, der sozusagen zwischen diesen Mühlen da durchgegangen ist, durchgewandert ist und den Weg für uns gebahnt hat. Und für mich war das wie so ein Moment von, wow, dann kommen wir jetzt wirklich in diese Phase, wo wir allein durch Kampf und durch dieses Alte gegeneinander und gegen uns selbst und all diese Dinge, wo wir da nicht weiterkommen, sondern wo wir, wo wir anerkennen, wow, da gibt es einen Schritt, der wird uns geschenkt. Und wenn man an ein Geschenk denkt, dann denkt man ja auch nicht, dann ich muss es mir erkämpfen, das Geschenk, oder ich muss es mir verdienen, oder ich muss es irgendwie kontrollieren, sondern Geschenk bedeutet, ich darf mich zurücklehnen, ich darf in diese offene, empfängliche Erhaltung gehen. Und ich darf wahrnehmen, da ist eine Liebe, die will mir all das Neue schenken. Und die hat es für mich vorbereitet und die hat meinen Weg dahin auch vorbereitet. Aber der Weg dahin, der funktioniert nicht mehr auf dieser alten Zeitlinie oder Bewusstseinsebene, sondern der Weg dahin ist ein, ich nehme etwas an, ich nehme diese Liebe an. Ja, und da stand ich dann mit dieser Geschichte oder Wahrnehmung, die ich hatte, und dachte, wow, okay, das fühlt sich sehr intensiv an und sehr, sehr tiefgreifend und wirklich wie, wenn die Wandergruppe sich da sammelt, um jetzt nicht aus eigener Kraft mit dem Steigeisen sozusagen die Bergwand hinaufzuklettern, sondern wirklich mehr, dass wir uns gemeinsam zurücklehnen und wahrnehmen, oh, die nächste Etappe des Weges ist ein Geschenk. Wie fühlt sich das für mich an, ein Geschenk anzunehmen? Und wohin ich auch schaue in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich stehe vor so einer Wand oder da braut sich alles zu sammeln oder da bin ich umgeben von diesen widersprüchlichen Energien, die mich mal an die eine Mal in die andere Richtung zerren, da übe ich jetzt im Moment diese neue Einstellung, dieses okay, okay, ich lehne mich zurück und erlaube mir, das Geschenk anzunehmen. Und ich dachte, ich teile es heute mit euch, einfach weil diese Konstellation, die ich da im Moment wahrnehme, eine ganz große Auswirkung auf uns hat. Und weil ich mich ja mit Traumaheilung beschäftige, überhaupt mit Heilung, mit persönlicher Entwicklung, frage ich mich natürlich auch immer, okay, was hat das für Auswirkungen auf uns, dass wir jetzt an dieser Stufe, an dieser Schwelle stehen? Was hat das für eine Auswirkung auf jeden von uns, auf unseren Körper, auf unsere Seele, auf unseren Geist? Was macht es mit uns? Welche Herausforderungen birgt es vielleicht auch? Und dazu möchte ich euch jetzt was teilen. Ich denke, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man nicht nur die übergeordnete Ebene intuitiv sich da rein spürt, sondern dass man tatsächlich auch wahrnimmt, okay, ganz bodenständig, beide Füße auf der Erde, was bedeutet das für mich und welche Schritte ergeben sich vielleicht auch genau daraus? So, und das Erste habe ich schon so ein bisschen anklingen lassen, ist tatsächlich, dass wir im Moment mit unserer Lebenskraft selbst sehr viel zu tun haben und sehr viel damit konfrontiert werden. Was, in welcher Beziehung stehe ich zum Leben und einerseits ganz allgemein gibt es in mir ein tiefes Jahr zum Leben, andererseits tatsächlich auch körperlich. Wie hält oder unterdrückt mein Körper jetzt im Moment meine Lebensenergie und in welchem Zustand befindet die sich? Bin ich im Zustand der Erstarrung? Bin ich in diesem Kampf und oder in dieser Flucht oder im Sein, wo, in welchem Zustand bin ich? Und da werden wir im Moment immer wieder angeschubst, freiwillig und unfreiwillig dahin zu schauen und das ist nicht immer ganz so angenehm, weil diese tiefe, ja, diese tiefe Beziehung zum Leben, die ist ja bei vielen von uns, da sitzt unser Trauma, ja, da, da sitzen diese tiefen alten Wunden und auch die Prägungen, die sich daraus ergeben haben. Wenn wir im Leben erfahren haben, dass wir eine auf den Deckel bekommen oder dass es hier auf der Erde schrecklich sein kann oder dass andere Menschen sich manchmal in Monster verwandeln können und uns enorm verletzen oder schockieren können, dann kann es sein, dass wir dadurch eine gewisse Prägung erlitten haben oder entwickelt haben, die einfach sagt, okay, ich ziehe mich ein wenig zurück vom Leben oder ich sage ein wenig Nein zum Leben oder ich bin im Dauerkampf in meinem Inneren. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt in einer Zeit leben, wo in unserer Heilung und auf unserem Heilungsweg tatsächlich unsere Lebenskraft sich aus dem Schockzustand wieder befreien darf, aus diesem Ich bin erstarrt oder aus diesem Ich bin in den Kampf oder in die Flucht reingeraten oder ich bin unsichtbar geworden und verschwunden, dass unsere Lebenskraft zukünftig gebraucht wird, dass unsere Lebenskraft, unsere schöpferische Kraft auch befreit werden soll von all diesen quälenden, traumatischen Verengungen und Einschränkungen und dass wir da im Moment einfach immer wieder hingeführt werden. Dass unser Leben, unser Leben macht das von ganz alleine. Merkt ihr vielleicht im Alltag, ich komme immer wieder an diesen Moment, wo ich frustriert bin oder denke ich will, aber ich kann nicht. Ich möchte die nächsten Schritte gehen, aber da ist etwas etwas in mir, was auf der Bremse steht oder wo du sagst, ich wünschte, ich könnte mal anhalten. Ja, mein Motor, mein Stressmotor, der läuft seit Jahren und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich komme nicht zu mir. Und da ist wie die, die, die da sind eben diese Urverstrickungen, wo, wo unser Leben nicht mehr fließt und nicht mehr im Hier und jetzt ist, sondern teilweise eben wie in der Vergangenheit festhängt. Und ja, für mich ist es manchmal, manchmal frage ich mich, okay, wie würde denn ein Mensch aussehen oder wirken, der seine ganze Kraft, sein ganzes Potenzial im Körper lebt und integriert hat. Ich schaue da tatsächlich immer gern zu Jesus und merke, wow, der ist wie, ja, wie jemand, der uns aus der Zukunft entgegenkommt, sich vor uns stellt und sagt, schau mal. Und wenn ich ihn wahrnehme, wenn ich gerade auch diese Körperebene bei ihm wahrnehme, dann merke ich, dass es so harmonisch ist, dass er nicht rumrennt und sagt, boah, ich bin der Boss, ich habe so viel Energie, ich bin so toll, so aufgeblasen oder 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 übertrieben, sondern so wundervoll integriert. Die ganze Kraft ist da, aber die ganze Kraft ist in gewisser Weise auch in seiner Hand. Er kann genau das damit machen, was er damit machen möchte. Und es sind nicht alte, traumatische Muster, die mit ihm etwas machen und dann, boah, und dann, wups, oh, ich habe mit meiner Kraft aus Versehen ein Haus in die Luft gejagt oder, wups, hab jemanden angerempelt und beiseite geschleudert, sondern dieses, diese, dieses, die Kraft ist so gut integriert und so im Hier und Jetzt, dass man wirklich damit gestalten kann. Und wir erleben das ja heute oft, wenn wir uns selbst oder andere Menschen beobachten, dass unsere Kraft nicht immer in unserer Hand ist. Wie oft passiert mir das, dass ich wütend werde und Sachen sage oder zu schnell agiere oder zu langsam oder etwas nicht sage, was eigentlich wichtig gewesen wäre. Ich schluck's dann runter oder trau mich nicht so recht. Und wo man dann denkt, ja, da waren jetzt wieder mal diese alten traumatischen Prägungen. Die hatten die Führung, die waren am Steuer. Und es war nicht dieser liebevolle, authentische Ausdruck, sondern es war irgendwie schräg. Und ja, für mich ist wirklich sehr heilsam. Und ich mache das oft, dass ich mich tatsächlich bei Jesus anlehne und Schulter an Schulter und einfach wahrnehme, wie fühlt sich das an? Ein Körper ohne Trauma und ein Körper, der nicht von diesen ganzen Prägungen sozusagen beherrscht wird oder wo die Lebenskraft unterjocht ist, versklavt ist, sondern wie ist es, wenn jemand wirklich frei ist und die Liebe agieren kann, die Weisheit, das Schönste in uns. Und ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Und ja, da sind wir im Moment. Die Tatsache, dass im Moment gerade diese Hauptenergiebahn so oft und so tief auch im Mittelpunkt steht von allem, was sich da verändern und entwickeln möchte, bedeutet für einige von uns leider auch, dass manchmal, gerade wenn wir noch nicht so viel Offenheit im Körper haben für diese Kraft, die da wieder lebendig werden möchte oder sich befreien möchte. Also manchmal diese Kraft dann geradeaus hoch in den Kopf steigt, in den Verstand, in die Gedanken. Ja, so ein bisschen wie, wenn wir uns diese Energiebahn vorstellen, wenn die noch nicht so viele Öffnungen hat, dann gibt es einfach nur diesen Weg nach oben. Und junge, 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 wenn das im Moment dich bewegt oder beschäftigt, das ist mega unangenehm, weil da kann es wirklich passieren, dass deine Lebensenergie wirklich in die Gedanken, in den Verstand reinschießt und du vielleicht momenteweise merkst, boah, da bin ich auf einmal in Angstszenarien, in Schreckensvorstellungen, in Bildern. Der Verstand ist überaktiv und die ganze mentale Ebene, die produziert Sachen, einfach weil diese Energiewelle da reinfließt und keinen anderen Weg findet. Und manchmal, ja, merkt man dann vielleicht sogar, dass plötzlich irgendwelche Sachen aufkommen und fünf Minuten später denkt man, was war das denn jetzt? Das will ich doch gar nicht oder das ist doch gar nicht meins oder was ist denn da entstanden? Das passiert einfach, wenn ein Schwupps Lebensenergie nirgendwo anders hin kann, außer in den Verstand. Und dann gibt es wie so ein bisschen, ja, wie sagt man da, Gedankenschlösser, Luftschlösser, die dann entstehen, wusch, ganz schnell, ganz, ganz intensiv, aber dann zerfallen die natürlich auch wieder. Und ich finde es gerade wichtig zu merken, dass im Moment bei vielen Menschen diese Angstszenarien getriggert werden. Und viele Menschen haben eben noch nicht die Tools oder die innere Vorbereitung, das innere Wissen, um zu merken, oh, ich gehe jetzt mal nicht in diese Angstszenarien rein. Das sind einfach nur so, ja, so Seifenblasen, die da entstehen. Ich gehe nicht da rein. Ich bleibe auf diesem ruhigen, liebevollen Weg. Sondern viele Menschen, ganze Wellen von Menschen gehen da im Moment rein. Und ganze Gruppen, die in diese Angstwellen oder Angstfelder mit reingehen und dadurch nicht nur für sich persönlich diese mentalen Bilder kreieren, sondern ganze Gruppen erzeugen ganz starke, hypnotisch wirkende mentale Felder. Und es kann uns passieren, dass wir auf einmal in so einem mentalen Feld drin sind und dann eine bestimmte düstere Zukunft wahrnehmen oder düstere einfach Szenarien wahrnehmen oder Feinde irgendwo vermuten, gegen die wir wieder kämpfen müssen oder, ja, dass wir da, Lebensenergie da einfach reingelenkt werden soll. Und ich finde es da im Moment super wichtig, wenn ich merke, boah, ich bin schon wieder in diesen Bildern, ähm, tatsächlich rauszugehen in die Natur, alle Geräte mal zur Seite zu legen, nirgendwo hinzuschauen, hinzuhören, sondern für einen Moment tatsächlich die Wahrnehmung ganz woanders hinzulenken. Was ich super schön finde, ist, den Körper zu bewegen, Bewegungsformen zu finden. Viele von euch wissen, ich liebe diese weichen, fließenden Bewegungen, wo wir einfach merken, oh, ich habe Lebensenergie und ich habe ein Instrument, meinen Körper und ich lasse jetzt diese Lebensenergie durch meinen Körper strömen. Und ich erlaube diese Bewegungen, die da fließen wollen. Und lieber mache ich das für ein paar Minuten, statt die ganze Energie in meinen Verstand hochzujagen und dann nicht schlafen zu können oder eben so ganz aufgeputscht zu sein und irgendwelche Szenarien da, irgendwelche inneren Filme da fahren zu lassen. Ja, Bewegung, Natur, finde ich auch immer super schön, da einfach reinzuspüren, weil zum Beispiel die Bäume, die Steine, das Wasser, die sind nicht in diesen mentalen Feldern drin. Im Gegenteil, wenn du in den Wald gehst, dann kann es manchmal passieren, dass du merkst, all diese mentalen Felder zerfallen, die lösen sich auf, die fallen von dir ab, weil die Natur das so nicht erzeugt. Das ist sowas, was typisch Mensch ist, was wir eher machen. So, dann finde ich es einfach auch wichtig zu wissen, dass im Moment wir eben heiß umkämpft werden, dass da wirklich Kräfte auch da sind, die wollen uns mal in die eine, mal in die andere Richtung ziehen und wollen uns im Grunde davon abhalten, dass wir dieses Geschenk annehmen, diesen nächsten Schritt des Weges, der wie ein Geschenk uns erreichen möchte. Und da denke ich, ist es super wichtig, einen Fokuspunkt zu haben. Und für mich, ich erzähle das immer wieder und einige von euch mögen das und andere von euch sagen, lass mich damit in Ruhe, aber für mich ist tatsächlich immer wieder Jesus Christus, ist für mich dieser Fokuspunkt, dieser Anker, wo ich immer wieder hinschauen kann und nicht auf die mentalen Bilder, die andere von ihm haben, das ist nicht der Jesus, den ich meine, sondern tatsächlich von Mensch zu Mensch, von meinem Körper zu seinem Körper, von meinem Energiefeld zu seinem Energiefeld, direkt ohne irgendwelche anderen Dinge, die man vielleicht im Kopf hat, diese Ausrichtung, die empfinde ich als enorm stabilisierend, wie ein ruhiger Punkt, wie jemand, der diesen ganzen Weg schon gegangen ist, der uns auf der einen Seite so zu sich zieht, aber auf der anderen Seite auch eben den Weg für uns gebahnt hat, die Türen für uns aufgemacht hat, sodass wir das jetzt als Geschenk annehmen können und annehmen dürfen. Jawohl! Und ja, das sind so die Gedanken, die ich im Moment habe. Ich schaue gleich in den Chat, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen dazu, könnt ihr gerne was in den Chat reinschreiben, da gehe ich gleich hin mit meiner Wahrnehmung. Und ich wollte einfach nur noch erwähnen, dass ich im Moment das Gefühl habe, okay, diese, diesen nächsten Abschnitt des Weges, da spüre ich für mich einfach eine Aufgabe oder auch eine Freude, den einerseits zu gehen, aber andererseits auch immer wieder mit euch zu teilen. Und in der Oase, in meiner Online-Community, da habe ich das Gefühl, es ist auch gerade so eine Stimmung von okay, okay, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe das Gefühl, da ist auch ein, so eine Art kleine Wandergruppe, wo wir uns sammeln, um gemeinsam jetzt diese nächste Etappe des Weges in Angriff zu nehmen. Und eben manchmal bedeutet das, die Zeitqualität wahrzunehmen, aber ganz oft bedeutet das auch eben zu schauen, in den eigenen Körper reinzulauschen und zu schauen, welche Ebene von Trauma will jetzt in mir heilen und was ist mein nächster konkreter Schritt und wie kann ich meine Lebensenergie aus diesen alten Banden herauslösen und wieder integrieren, wieder, wieder lebendig werden. Und da freue ich mich jetzt und bin gespannt auf die nächsten Monate. Und ja, da habe ich das Gefühl, dass es auch manchmal sehr hilfreich sein kann. Also für mich sogar ist es, obwohl ja ich sozusagen die Oase leite und natürlich das auch Teil von meinem Beruf ist, aber für mich ist es immer total schön, die Menschen in der Oase wahrzunehmen und zu spüren, wow, wir sind gemeinsam unterwegs. Mir tut es gut, zu merken, dass es nicht nur sowas, okay, Lea ist gerade wieder auf Abwege geraten und stolpert irgendwo einsam in der Weltgeschichte rum, sondern zu merken, das ist ein stabilisierendes Feld, das ist ein unterstützendes Feld, wo wir einfach gemeinsam ins Neue unterwegs sind. Das wollte ich erwähnt haben. Und wir hatten es früher so, dass man nur zweimal im Jahr in die Oase einsteigen konnte. Und im Moment haben wir die Oase geöffnet, also die ganze Zeit geöffnet. Die Tür der Oase ist offen und jeder, der möchte, kann über meine Webseite leahamann.de und dann unter dem Menüpunkt Oase jederzeit einsteigen. So, und jetzt gucke ich mal hier rüber in den Chat und gucke mal, ob es hier, ob es hier Fragen gibt, die ich da sehe. Schön, euch zu sehen und schön, eure Kommentare gerade hier zu lesen. Genau. Ah, hier hat jemand geschrieben, ich habe heute noch gedacht, seit ich nicht mehr kämpfe, sondern alles sein lasse, wie es ist und kommt, kommt eine unglaubliche Ruhe auf in mir. Ja, genau, wie schön du das formulierst. Genau so ist es im Moment, dass, wenn wir in diesen alten Kampf uns reinverstricken, ja, und wir irgendwo da die Möglichkeit haben, auszusteigen, da entsteht diese Ruhe. Und das ist keine, sage ich mal, leblose Ruhe. Da passiert ja nichts Ruhe, sondern das ist eine ganz lebendige Ruhe. Da passiert eine ganze Menge. Ah, hallo Lea, ich hatte in den letzten Tagen immer das Gefühl, dass ich sehr müde bin, obwohl ich eigentlich genug geschlafen habe, kann das auch damit zusammenhängen mit der Zeitqualität. Aber hallo, auf jeden Fall. Es gibt nichts so Anstrengendes, als mit dieser tiefen inneren Lebensenergie selbst konfrontiert zu sein und dann sozusagen zu spüren, wo es da noch hängt und hakt und wo sich die Sachen noch verkeilt haben. Weil der, ja, das ist einfach, ist wie wenn man am tiefsten inneren, wenn da gearbeitet wird, ja, das ist nochmal eine ganz andere, also eine ganz andere Herausforderung, als wenn es nur in der Peripherie ist. Das merke ich auch oft bei der körperorientierten Traumaheilung, dass, ich sage ja manchmal, der Körper ist wie so ein Körperschrank, ja, wo wir unser Trauma, aber auch unsere schönen Prägungen, einfach alles laden wir in diesen Körperschrank rein. Und manche Sachen, die befinden sich eher in der Peripherie. Jetzt zum Beispiel im Arm, Hand, irgendwo weiter draußen, weiter weg von der Mitte. Und dann gibt es Dinge, die sind in unserem Herzen oder im Gehirn und einfach entlang der mittleren Achse, entlang der Wirbelsäule. Und da sind oft unsere tiefsten Herausforderungen, das tiefste Trauma, das ist meistens ganz nah und ganz tief in der Mitte. Und von daher, das kann uns auf jeden Fall müde machen. Jetzt im Moment die Zeitqualität, das ist dann nicht nur die Frühjahrsmüdigkeit, das sagt man ja auch manchmal, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Da ist wirklich die Müdigkeit, die manchmal auftaucht, wenn wir durch diese tiefen Phasen gehen. Und ich würde sagen, schau mal, dass du natürlich auch tagsüber vielleicht kurze Momente hast, wo du eine Pause machen kannst, vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Und was ich gerne auch wahrnehme, ist, dass, ich hatte früher so ein Bild, ausruhen heißt sich nicht bewegen, einfach hinlegen, locker lassen, Sofa und so weiter. Und manchmal ist es ja auch ganz wundervoll. Aber mittlerweile merke ich manchmal, dass weiche, ruhige Bewegungen oder weiche, ruhige Tätigkeiten, die uns regulieren, die uns in den Körper bringen, die uns ins Hier und Jetzt bringen. Ganz banale Dinge, dass die unglaublich erholsam sein können. Also sprich, vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit mal aufräumen oder irgendwas rumkruskeln oder ein paar weiche Bewegungen fließen lassen. Das kann manchmal mehr Energie geben, als wenn man sich in derselben Zeit einfach nur hinlegt. Weil manchmal stockt ja alles in uns. Und wenn wir uns damit hinlegen, dann liegen wir in diesem Stocken. Und wenn wir in die Bewegung gehen, manchmal lösen sich dann Dinge. Okay, ich gehe hier nochmal weiter durch. Mein Shutdown ist zu Ende. Am 24.03. begann mit dem Sonnensturm ein neues Gefühl. Wow, das freut mich für dich. Ja, manchmal merkt man, dass man durch bestimmte Dinge dann irgendwann durch ist oder sich Sachen verändern. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, das mit wahrzunehmen. Und ja. Ah, und hier noch eine Frage. Wie kann ich das machen, mich bei Jesus anlehnen? Gute Frage. Ja. Wie kann ich das machen? Also generell in der Oase zum Beispiel üben wir das, uns anzulehnen. Und ich gebe dann immer verschiedene Variationen mit in den Raum, weil nicht jeder möchte sich oder kann sich vielleicht gleich bei Jesus anlehnen, weil man hat ja vielleicht Angst oder man fühlt sich komisch oder man weiß nicht so recht. Und dann können wir zum Beispiel schauen, kann ich mich erst mal bei einem Baum anlehnen, bei einem Felsen, bei einem lieben Menschen, den ich kenne und dann nach und nach vielleicht schauen, oh, wenn ich mehr mich in die Richtung von Jesus wende und vielleicht mehr ihn bitte, mit mir in Beziehung zu sein oder sich mir zu offenbaren, mir näher zu kommen. Und dann kann es sein, dass mit der Zeit einfach Freundschaft entsteht, liebevolles, vertraut sein. Und Matthias und ich, wir haben das neulich, wir haben neulich, ich glaube, das war das letzte Abendmahl, darüber haben wir gelesen. Und dann heißt es über den Johannes, über einen der Jünger, der, wo es immer heißt, der Jünger, der Jesus liebte oder den Jesus liebte, den Jesus liebt. Ich sage es jedes Mal falsch. Und der hat sich einfach beim letzten Abendmahl nur bei Jesus angelehnt und sich an ihn geschmiegt. Und das war für mich total hilfreich, da wie mit rein zu meditieren, da mit rein zu atmen und zu merken, wow, das ist eine Möglichkeit, die da ist, ja, die für jeden von uns da ist. Und vielleicht auch eine schöne Sache für diejenigen von uns, die religiöses Trauma im Gepäck haben, wenn dir Menschen mal irgendwann begegnet sind, die dich niedergemacht haben oder die dir weiß gemacht haben, du bist nicht gut genug, du darfst nicht weg mit dir und du schon gar nicht und so, dass wir da merken, dann, wow, aber Jesus sagt das nicht, sondern er ist derjenige, der die Hand hinstreckt und sagt, hey, lass alle Kinder zu mir kommen oder, ja, lass die Menschen zu mir kommen, die mich brauchen. Und da, vielleicht ist da eine Inspiration für dich mit dabei. Also ich finde es ganz hilfreich zu wissen, dass wir als Menschen in Wellenbewegungen uns entwickeln. Sprich, wenn du dir vorstellst, wie ein Kind laufen lernt, vom Krabbeln zum Laufen, dann gibt es eine Übergangsphase, wo das Kind ab und zu anfängt zu laufen, ein paar Schritte zu gehen, aber dann kann es auch wieder sein, dass es zum Beispiel, nachdem es am Morgen gelaufen ist, ganz stolz, dass es den ganzen Nachmittag nur krabbelt, weil das gerade einfach vertrauter ist und schneller geht und leichter ist und weil es sich damit sicherer fühlt. Und oft denken wir, weil wir von Maschinen und dieser heutigen Leistungsgesellschaft geprägt sind, dass wir auf Knopfdruck im Neuen landen müssen und dort dann auch ganz linear bleiben müssen. Also ich muss immer weiter ins Neue gehen. Die Linie muss immer linear weiter verlaufen. Aber so ist es nicht. Und wenn wir das anerkennen und das wissen, dann können wir viel entspannter sein. Dann können wir sagen, oh wow, guck mal, gerade bin ich im Neuen. Und es kann sein, dass ich mich, dass ich vielleicht wieder ein bisschen einen Tag habe, wo ich merke, ah, jetzt spüre ich wieder mehr das Alte. Und dann geht es wieder nach vorne ins Neue. Und dann spüre ich wieder mal eine Welle mehr das Alte. Also dass es einfach so ein hin und her auch geben darf. Und dass wir das, dass wir zum Beispiel alte Verhaltensweisen oder so nicht verteufeln und nicht zu sehr negativ sehen, sondern dass wir wahrnehmen, wir pendeln, wir gehen in Wellen. Und wenn wir diese Wellen, wenn wir uns auf die einlassen, dann ist der Weg viel stabiler. Und wir kommen schneller an, lustigerweise, als wenn wir uns nach vorne zwingen und dann kracht das Neue wieder zusammen, sondern besser, gleich, organisch, körperorientiert. Genau. Jawohl. Ah, ich fühle mich seit Anfang des Jahres innerlich bedroht. Ist der Verstand zu stark am Werk? Also, es sind auf jeden Fall Energien am Werk im Moment, die das Neue bedrohen wollen. Vielleicht nicht einmal dich persönlich, sondern alle Menschen, die sich öffnen und die dabei auch über das begrenzte, verkapselte, getrennte, alte Bewusstsein hinauswachsen, die über dieses, ja, ich würde fast manchmal sagen, ein Sklavenbewusstsein ist es, die darüber hinauswachsen. Sobald man anfängt, sich darüber hinauszuentwickeln, ähm, kriegst du den Gegenwind zu spüren. Die Energien, die sagen, hey, geh zurück in deinen Käfig, geh zurück in deine Zelle. Was fällt dir ein? Äh, unterdrück deine Lebenskraft wieder. Wir wollen deine Seele nicht leuchten sehen. Hier auf der Erde soll es schön dunkel bleiben. Was fällt dir denn ein? Unverschämtheit. Wenn du hell leuchtest, dann können wir nicht mehr weiter schlafen. Und da ist es, finde ich, auch super wichtig, dass wir diese Szenarien, die man da manchmal vom Verstand her wahrnimmt, dass wir da nicht mit reingehen, sondern vielleicht, dass du schaust, welche liebevollen Helfer sind absolut einverstanden damit, dass ich mich weiterentwickle, dass ich präsenter werde, dass mein Licht leuchtet und stehen nicht nur neben mir, hinter mir, bei mir, sondern sind für mich und sind vielleicht auch schützend um mich herum. Das ist super wichtig, vor allem, wenn wir in der Umgebung aufgewachsen sind, wo das alte Bewusstsein einfach sehr, sehr stark war. Ich werde zurzeit immer wieder in politische, mentale Felder gezogen. Gefühlt wird alles immer korrupter und mein kleines menschliches Ich will immer dagegen kämpfen beziehungsweise für Gerechtigkeit kämpfen. Oh, mein volles Mitgefühl, da kann ich nur sagen, das geht mir ähnlich. Ich habe immer wieder mal Phasen, wo ich dann auch mir viel anschaue und anhöre. Und ich sehe im Moment in dieser alten Politik und den alten Strukturen sehr stark diese Mauer, von der ich ganz am Anfang vom Livestream gesprochen habe. Diese undurchdringliche Wand, da sehe ich einfach keinen Weg innerhalb von diesem alten Bewusstsein und diesen alten Machtstrukturen. Da sehe ich nicht den Weg. Und wenn man da zu lange hinschaut, dann kann man wirklich, also da kann man wirklich, ja, es kann sehr, sehr unangenehm sein. Und was ich da einfach sehr hilfreich finde, ist wahrzunehmen, wenn wir die Erde betrachten oder du das Land, in dem du lebst, einfach wahrnimmst, dass wir wahrnehmen, wie sieht die liebevolle Entwicklung aus, die gerade im Verborgenen sich vollzieht. Und lass mich genug Zeit auch damit verbringen, diese Entwicklung wahrzunehmen. Die ist nicht im Fernsehen, die ist vielleicht auch nicht mehr auf YouTube immer vertreten, aber die kann man spüren. Ich merke das zum Beispiel oft, wenn ich in der Einzelarbeit bin mit Menschen oder wenn ich mit Gruppen arbeite oder gerade auch in der Oase, wenn ich dann merke, wow, wie sich dieses Feld des Neuen immer weiterentwickelt und wie wir kräftiger werden und beweglicher werden und lebendiger werden. Und meinem Gefühl nach entstehen da die neuen Wege, die neuen Möglichkeiten. Und ich hatte auch immer wieder mal das Gefühl, dass das eine Zeit kommt, die vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Vielleicht ist sie auch noch weit weg, keine Ahnung, darüber kann ich nichts sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir eine Zeit erleben, wo jeder hier auf der Erde einfach die Aufgabe hat, inne hat und auch den Platz inne hat, der ihm von Gott gegeben ist. Dass niemand auf einem Posten sitzt, der keinerlei Kapazität dafür hat. Dass keiner Gesundheitsminister ist, der vor Angst innerlich vollkommen erstarrt ist und keine Ahnung hat oder sehr eingeschränkt, das sagen wir mal, in seinem Verhalten, seinem Ausdruck. Oder dass niemand den Machthebel in der Hand hat, der voller Selbstsucht ist und ganz zerfressen ist und das einfach alles in eine schlechte Richtung lenken möchte, sondern dass jeder da sitzt, wo er wirklich sitzt. Dass das, was wahrhaftig auf der inneren Ebene man vielleicht immer schon gewusst hat oder gefühlt hat, dass das auch im Außen dann immer mehr und mehr da sein wird. Und bis dahin müssen wir tatsächlich manchmal noch unsere inneren Augen bemühen und uns das Innere auch zeigen lassen. Genau. Jawohl. Das Feld der Hoffnungslosigkeit und Resignation. Ja, das finde ich auch super wichtig, wenn man merkt, boah, da gerate ich rein. Das kann auch so was sein, was dann dann so lähmt, dass du zum Beispiel schaust, kann ich den Boden unter mir finden und kann ich vielleicht auch Richtung Natur, weiche Bewegungen. Da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir selbstständig unser Bewusstsein wieder in eine liebevolle Richtung lenken. Jawohl, ihr Lieben. Wow, unsere Stunde ist schon rumgedüst. Und ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Ich habe noch eine Bitte zum Schluss. Wenn euch der Livestream gefallen hat, wenn ihr was Nützliches, Wertvolles mitgenommen habt für euch, schaut mal, ob ihr mir irgendwo einen Daumen hoch geben könnt, wenn sowas möglich ist. Da freue ich mich total drüber. Und wenn du mehr Inhalte dieser Art möchtest oder dich in dieser nächsten Zeit einfach weiterentwickeln magst und körperorientierte Inhalte auch möchtest für dich, um deine Lebensenergie zu integrieren und auf konstruktive Weise in die Welt zu bringen, dann könntest du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das geht kostenlos. Oder wenn du das Gefühl hast, boah, es ist Zeit in die Oase einzusteigen, wenn du dich da der Wandergruppe von uns anschließen magst, dann kannst du deinen Rucksack packen und gerne zu uns dazukommen. Dann danke ich euch allen fürs Dabeisein heute Abend. So schönen Dank auch an alle, die Fragen gestellt haben. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Abend. Dann bald auch ein schönes Wochenende. Bei uns hat es heute den ganzen Tag gestürmt und geregnet. Und ich hoffe, der April bringt uns dann auch noch zwischendurch ein bisschen Sonne. Alles, alles Liebe für euch. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis ganz bald.